hallo und herzlich willkommen wir sind wieder zurück ja der letzte part war ein bisschen tutorial lastig aber da ich dieses spiel nicht kenne musste ich dadurch oder wir mussten dadurch und ja was wollen wir ihnen antworten wollen wir ihnen jetzt die wahrheit sagen über unsere probleme reden oder wollen wir einfach sagen war nix ich habe von kaya morhen geträumt also hat diese wilde jagd wohl irgendwie name oder ist es der ort er begann im gästezimmer ich entspannte mich in der wanne und neben mir war also doch ein ort jennifer seltsam nicht sie war nie da mein traum wirkt er aber ganz echt hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt wirklich lebensecht wir finden sie schon im traum ging ich los und suchte ciri wir üben das waren noch zeiten kleine teufelin ich habe kinder ausgebildet die schneller und stärker waren aber keins hatte ihren charakter er ist nicht gut ausgegangen oder dein traum die wilde jagd tauchte auf und griff ciri an ich konnte mich nicht rühren stand da wie angewurzelt es war nur ein traum es war alles ein traum von anfang an es war mehr das ist das problem wenn ich bisher von ciri geträumt habe stimmte was sie war in gefahr wir haben sie gelehrt sich gegen alles zu verteidigen auch gegen geister naja zeit zum auf es dämmert bald brechen wir auf zeigt mir den brief von jennifer vielleicht habe ich da einen hinweis übersehen du hast nichts übersehen wir sollten uns in weidendorf treffen das hat sie geschrieben inzwischen hat die eine oder andere armee das dorf niedergebrannt uns bleibt nur ihrer spur zu folgen also hör kurz auf zu reden und gib mir den brief was sagt man dazu er riecht wirklich nach flieder und stachelbeeren du wolltest ihn lesen nicht beschnüffeln wir müssen uns sehen bald weidendorf bei visima keine weiteren hinweisen was ist das für ein ps ich habe das einhorn noch ein einhorn dass wir ein oder zweimal benutzt haben in bestimmten situationen was jungen leuten heutzutage so einfällt zurück zum thema wie viel vorsprung mag jennifer haben zwei drei tage die spur ist frisch aber sie führt wohl zur hauptstraße da wäre sie schwer auszumachen warte hörst du das ich höre und rieche es oh oh jetzt geht's los monster das leben auf dem festland und aufs gellige ist hässlich brutal und kurz der krieg verwüstet das land und die er verschont leben in ständiger angst vor den zahllosen monstern die vor den städten und dörfern lauern monster werden mit einem silbernen gesundheitsbalken über den kopf dargestellt der anzeigt dass du mit dem silberschwert gegen sie kämpfen solltest alles klar also wir haben zwei schwerter also metall schwert einmal silberschwert silberschwert gegen monster kann man sich merken dann legen wir mal los ich werde jetzt mal nicht anvisieren weil so bin ich ein bisschen agiler man kann einfach mal gegen alles rein hätten aber da kommen wir noch mehr ne wer steht da wirklich noch das war jetzt mein super stark jetzt ging er wieder Adrenalinpunkte wenn du gegner angreifst und triffst erhältst du Adrenalinpunkte bestimmte fertigkeiten gestatt händen dir das ausführen von spezial angriffen für die Adrenalinpunkte erforderlich sind diese werden beim einsatz verbraucht außerhalb des kampfes verringert sich deine Adrenalinpunkte allmählich na klar wenn armeen durchziehen folgen ihnen nekrophagen gehen wir bevor noch mehr auftauchen so was man jetzt mit den plätzen für konsumgüter wo sind denn die plätze für konsumgüter fährt herbeirufen drücke x um damit dein pferd zu dir kommt das weiß ich noch mein pferd heißt plötze schnell zugriff menü das wird wohl r und f sein wenn du mehrere gegenstände in den taschen hast kannst du mit dem morsrad zwischen ihnen wechseln schnell zugriff menü verwende das morsrad um deine armbrust bolzen zu wechseln ja da muss man sich mal durch Wucht hellen auf jeden fall haben wir schon mal brot und wasserflaschen dabei ja das sehe ich da ja also ist da unten dann irgendwie ich kann da irgendwie nur nicht hin mit meiner maus ich beregte mich hier nur um den kreis müssen wir mal gucken so wir aktivieren erstmal einen zauber und zwar ich bin eigentlich eher für feuer feuer ist nicht verkehrt können wir ja mal auswählen hab ich das jetzt ausgewählt ja gut jetzt hol ich mir mein pferd bisschen schneller pferd schön pfeifen kann er schön habe ich dir von dem zauberer erzählt der ständig davon geredet hat wie nützlich sie doch sind so pferde hexer sind meistens unterwegs und erledigen aufträge sie ziehen durch tiefe täler über hohe berggipfel und durch modrige sümpfe zum glück kann gerald sich unterwegs stets auf sein pferd plötze verlassen drücke x um plötze zu rufen haben wir ja bereits gemacht wir sitzen ja schon drauf einzige ding ist ja jetzt halt doch mal stehen ich will hier mal absteigen wusste er dass sie auch lebendige menschen fressen also mir ist so ein bisschen die mausintensität es widersprach seiner theorie also fertig geredet ja mir ist die mausintensität ein bisschen zu schnell das heißt ich gehe noch mal schnell ins menü es wird wohl das hier sein und dort werde ich die maus empfindlichkeit ein wenig herunter stellen so schauen wir mal ob das reicht ja so ist besser war mir gerade ein bisschen zu schnell damit kann man nicht so richtig zielen gut und die gegner haben hier nämlich was verloren das werden wir natürlich nehmen alles nehmen mit leertasten sehr gut google blut und gift extrakt ich habe noch keine ahnung was wir damit machen können wollen wie auch immer aber irgendein sinn und zweck wird es ja wohl erfüllen gut gut hier haben wir auch kräuter die sieht man auf der karte angezeigt schellkraut ist wahrscheinlich auch alles kraut was es wirklich gibt schellkraut meiner meinung nach gibt es wirklich wir sammeln einfach mal alles weil wer weiß für was wir das gebrauchen können tränke oder sonst was wir können auch was verkaufen beim händler bestimmt weil so können wir an gold rankommen so aufsteigen auf e ne schneller so galopp zweimal drücken umschalt links ok und kanter umschalt links halten was ist denn kanter das ist kanter galopp ach muss ich öfters drücken okay dann rennt er hier so rum wenn ich jetzt gedrückt lassen macht er immer noch einen galopp der krieg läuft nicht gerade zu unserem vorteil haben wir denn eine seite die nördlichen königreiche radowitz reich meinst du die merien und erden gibt es nicht mehr radowit hat versprochen die alten grenzen wieder herzustellen sobald er den krieg gewonnen hat und das glaubst du irgendwas muss man glauben das hält einen aufrecht da hängen einfach mal welche rum es ist irgendwie ziemlich düster wir nehmen noch ein paar da weint einer langsamer kann man denn helfen ich weiß nicht soll ich mal fragen aber guck mal die die haben mich gerade beleidigt der hat gesagt Mutant ok weil ich bin ja so ein Hexer das ist ja Mutant was willst du ok wir wollen doch nur helfen krähen auge also hier scheint irgendwas passiert zu sein sieht hier alles ziemlich kaputt aus ja ok ja der sieht tot aus ganz schön aber irgendwie mit uns reden wollen die auch nicht ja die sind fertig ey die könne ich mehr sieht auch verbrannt aus guck mal ganz schwarz und verkohlt mhm ja hier scheint irgendwas abgelaufen zu sein wir scheinen uns wohl irgendwie in einem Krieg zu befinden und vielleicht ist dieser Krieg ähm na vielleicht ist hier irgendwas gewütet ein Mörder wo denn naja reiten wir mal weiter hier können wir wohl nix mehr tun hier kommt jede Hilfe zu spät unten sind Gegner auf der Karte hallo komm jetzt ah gehen wir Hilfe 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 oh oh richtig o ich merke o o o o o o a o o o a Ok, nehmt das ganze Pferd mit. Warum nicht? Er hat Hunger. Und wer hat jetzt Hilfe gerufen? Das Pferd ja wohl nicht. Schauen wir mal. Ich denke, jetzt ist er hier verwundert. Ist er weg? Ja. Komm raus. Schicke Haare. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Nein. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber... Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Oder so ein Bier. Gehen wir. Wer weiß, ob der uns das erzählt hätte, wenn wir jetzt Geld verlangt hätten. Ja. Ich glaub, das war gut, dass wir keins holten. Ja. Das ist aber wirklich so, also... Das ist schon so eine KI. Von den PC-typisch, die reagieren da drauf. Die werden dann sauer und abos. Guck mal, wer hier liegt. War bestimmt seine Frau. Partnerin. Aber dafür war er ziemlich normal, ne? So von wegen, ja, meine Frau ist tot. Ist mir egal. So. Hauptsache, ich bin gerettet. Okay. Fährt dabei rufen. Dann pfeifen wir mal. Ich wollte mich noch ein bisschen umgucken. Da ist es. Los, lauf! Ja. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das hab ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blut, Gestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk dran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht. Und sehen es auch nicht gern, wenn du anderen übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. So. Diese Anschlagbretter sind auf deine Karte mit markiert. Würf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexe, Arbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Das weiß ich, wie man es dann nennen soll. So, aus dem Weg hier. Die weinen alle. Okay. Das war uns falsch. Ne, das war ich zu meinem Pferd. Ach so. Ich dachte, der Typ soll heute, dass wir weitergehen. Ne, ne. Und das soll Schnaps sein. Das ganze Ding. Oder doch Bier. Ich denke mal, oder doch Bier. Aber das ist ja, glaube ich, nicht für uns. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Ach, die wurden überrannt. Das ist ein Kriegsgebiet und die wurden erobert. Du kannst mich mal. Ich glaub, der sollte weniger trinken. Ihr altes Wappen. Warum nehmt ihr das denn ab? Weil sie kein Ärger will. Wer würde ihr denn helfen? Wir? Was, Hexa? Sie weiß nicht von uns. Mit solchen ungeziefer Mutanten trinke ich nicht. Woher wissen die denn sofort, dass wir Hexer sind? Das sehen die an den Augen wahrscheinlich. Und auch in der Ausrüstung. Macht nichts. Wir haben ja auch dieses Symbol. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Den Greif haben wir gesehen. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lass dich grüßen. Werte Hexa, essen und trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Sehr geil. So. Durch Optionen, die mit einem Säckchen Gold markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Aha. Wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ja, das machen wir dann später. Ganz schön los hier. Ganz schön was los hier. Kümmert sich jemand um den Greif. Also das werden wir auf jeden Fall irgendwann machen. Eine schöne Mission. Zeig mir doch erstmal, was du so hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklick auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Was denn? Ich denke, das geht aus Haus. Jetzt sollst du was kaufen. Ja, war eigentlich schon. Eigentlich ganz schön gemein. Warum ist denn das hier rot? Gegenstand ist unverkäuflich. Achso. Ich kann also nichts verkaufen. Außer eine Sache. Zwei Sachen. Eine Fackel kann ich verkaufen. Die hebe ich aber lieber auf. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um zwei. So. Es ist ja so mit Stufen. Du steigst ja Stufen auf. Und es gibt Waffen, die haben halt eine bestimmte Stufe. Und wenn du die aber schon benutzen willst, dann hast du wie einen Trank. Und dann kannst du vorübergehend die benutzen, wenn die halt zwei Stufen sinkt. Und es passt dann zu deiner Stufe dann wieder. Ja. Ich würde nichts verkaufen. Ja, aber wir könnten was kaufen. Wie viel Gold haben wir jetzt? 250? Sehen wir hier oben, denke ich. Dass es unser Gold ist. Die ist das Gold von der Händlerin. Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Karten sind. Anführer. Das machen wir uns. Entferne. Durch klirrende Kälte, strömenden Regen und extrem sich Nebel verrühren. Wettereffekte. Mhm. Kannst du schönes Wetter mitmachen. Nee, ich glaube, weil es gibt hier so ein Kartenspiel. Ach stimmt, guck mal da steht auch Quint Karte. Es gibt hier so ein Kartenspiel im Spiel. Und da kannst du dir ganz viele Karten zu kaufen. Und das ist ein bisschen so, kennst du Yu-Gi-Oh! oder irgendwie irgendwas anderes. Pokémon Trading Card Game. Ja. Gibt es ja auch. Und es ist hier wirklich so aufgebaut, wie so ein komplett eigenes Spiel nochmal im Spiel drin. Und dann kannst du dir hier diese ganzen Karten kaufen. Da siehst du die ganzen Effekte und so. Kannst dir dann so dein eigenes Deck zusammenmischen. Und andere. Okay. Ja. Aber davon halten wir uns erstmal fern. Ich glaube, wir sollten uns erstmal mit dem Spiel an sich selbst beschaffen. Beschäftigen? Beschäftigen. Genau. So, hier haben wir einen Kräuterschnaps. Äh. Zubereitung. Alchemie-Zutaten. Das sind alles erstmal Alchemie-Zutaten. Verzerrbar. Verzerrbar. Ach, da sieht man auch Vitalität. Ich glaube, wir kaufen uns erstmal nichts. So. Ansonsten. Lass erstmal Smalltalk machen. Einfach so ein bisschen quatschen. Ganz schön. Was ist los hier? Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Hm. Der Greif. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Ach, nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Na, das ist nämlich unsere Arbeit. Na, schade. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare. Pfeilchenblaue Augen. Schwarz-Weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, äh, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich nach ihr zu fragen. Alles klar. Ein Gespräch werden. Durch Dialogoptionen mit diesen X in der Sprechblase wird das Gespräch beendet. Jule, sind wir durch mit ihr, ne? Ja. Gut. Danke. Für alles. Warum bedankt er sich? Wir haben nichts umsonst bekommen von ihr. Sie hat gesagt, alles geht aufs Haus. Genau. Oder haben wir was bekommen von ihr? Ne. Nur ein paar Informationen, die uns nicht wirklich weitergeholfen haben. Hm. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterisch bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Willst du dir jetzt was fragen? Ja. Ich werde sie jetzt alle ausquetschen. Aber du sollst keine Aufmerksamkeit darin. Nein. Ich probiere es. Ist auf jeden Fall hier alles sehr schön designt, kann man schon mal sagen. Ist alles ziemlich lebendig. Sind da Kinder rumgemalt? Ne, es ist einfach lebendig so. Sowas sieht man selten in Spielen. Also wirklich so viele Details und so, ne? Ist ja wirklich schön designt, muss ich schon sagen. Auch hier mit dem Essen drauf und so. Ich fand den Blumenschmuck da hinten schön. Was da oben an den Decken in der Decke hängt. Hat irgendwie was. Bitte? Naja, warum nicht? Habe ich in dem Spiel noch nie gesehen. Da jemand Blumen an die Decke hängt. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Sehr freundlich. So. Bei Optionen, die mit Dreieck markiert sind. Ups. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe ausversichtlich die Leertaste gerade gedrückt. Ja gut. Ich denke mal, das Spiel wollte mir sagen, dass das hier schlecht ausgeht. Ich glaube auch. Und zwar dafür Stress sorgen. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Hahahaha. Dem Scheißgerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Ach ne. Oder mit Zauber. Dass ich hier in Zauber wirken kann. Ne. Eine schwarzhaarige Frau in schwarzweißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Wisst ihr? Habe ich einen Zauber gemacht. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt Leute. Der Mutant kabert Mieszkos Verstand. Mhm. Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Hm. Keine Aufmerksamkeit. Hast du eine gute Idee gekriegt. Kann ich jetzt nochmal mit denen reden? Verschwinde. Wir reden nicht mit dir. Okay. Ich hab genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel. So von Hexerei. Jo, hier ist Elsa. Die lassen wir erstmal. Ich will noch ein bisschen weiter rumfahren. Es gibt vier Farben. Vier was? Farben, Drucken, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Wildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinem Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Hast du ja, ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ganz schön rote Augen, dieser Typ hier. Mhm. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen. Nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fließt wohl vor dem Krieg? Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Folians stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen. Sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen. Meinem Hauptwerk. Hör auf meinen Rat und geh wieder an deine Bücher, solange du noch kannst. Krieg ist kein Spiel. Keine Fakultätstreffen, keine Vollprofessur, keine Fußnoten. Der erstbeste Soldat wird dich töten. Warum sollte er? Ich bin ein neutraler Zivilist, ein Gelehrter. Stiefel. Wie bitte? Er tötet dich wegen deiner Stiefel. Oh, das war's noch wohl. Ich muss los, bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gewinnt? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Hm. Durch Optionen, die mit den Karten markiert sind, wird eine Gewinnt-Partie gestartet. Wollen wir mal probieren eine Runde? Wie du magst, also. Und eigentlich wollten wir doch die Frauen suchen. Ach, ich spiel mal eine Runde. Na gut. Hm. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Äh, ich brauch ein Tutorial, ich hab keine Ahnung. Willkommen bei Grind. Grind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Achso, okay, alles klar. Gecheckt. Ich fang an. Legge eine Karte ab und ziehe dafür eine neue Starthand. Zuerst ziehst du 10 Karten, das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karte mehr, setzt diese 10 also klug ein. Okay. Stärke der Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an, also das hier. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Okay. Dies ist das Kampfreihen-Symbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeld-Reihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Alles klar. Hier sind ja so eine Zeichen unten im Hintergrund. Ja. Und da so eingekreist. Genau. Spezialfähigkeiten von Einheitenkarten. Das ist wahrscheinlich so ein Heilen oder sowas. Manche Einheitskarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieser ketvanischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke. Na gut. Wetterkarten. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Also Winter beeinflusst Schwert, Nacht oder Nebel beeinflusst den Bogen und Regen beeinflusst die Belagerung. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt für das erste und kommen direkt zum Spiel. Runden beginnen. Dann leg mal los. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Bei der Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen indem du X drückst. X für Spezialfähigkeit. Okay. Die pro Schlacht nur einmal. Okay. Also pro Spiel einmal. Drücke Eingabe um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal Eingabe um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Also ich denke mal wir platzieren starke Karten. Ja schon irgendwie ein bisschen konfliktiert. Schauen wir mal. Also ich... Ich will den Bogenschützen auswählen. Der hat zwar nicht sowas hier, aber egal. So der kommt hier rauf. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke. Also hier. Eine Einheit. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betroffenen Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Alles klar. Ende der Runde. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihre Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Na schauen wir einfach mal. Der Typ ist dran. Setz den ein. Gut, dann habe ich jetzt jede Runde gewonnen oder was? Dann setze ich die ein. Die will ich hier haben. Jetzt habe ich schon 12. Jetzt ist mein Gegner wieder dran. Der setzt den ein. Von der neuen. Und jetzt brauche ich noch einen guten Schwert-Typi. Na der mit der 5 oder? Der hier ne? Eigentlich könnte ich noch das Wetter spielen. Ne, das würde nix bringen, weil das beeinflusst ja diese anderen. Ach guck mal, er spielt das Wetter. Ja, klasse. Ich habe hier noch Regen. Regen war, habe ich schon wieder vergessen für was. Aber dann würde ich ja meine auch mit runterhauen. Wäre nicht so gut. Regen war bei, ähm, der Belagerung. Na gut, aber da ich höher bin und eher niedriger, macht das glaube ich keinen Sinn. Er hat hier nur gespielt, weil er hat hier keine. So, was kann ich jetzt machen? Will nix mehr setzen. Oder kann ich wieder was Neues setzen? Setz mal den hier. Den kann ich hier unten einsetzen. Warum? Achso, das ist auch wieder Belagerung. Ja. So, wo kann ich denn passen? Guck mal, hier ist ne Haupt. Aber ich denke, du kannst noch zwei Karten ziehen. Oder hättest du das am Anfang machen? Ich habe keine Ahnung. Nee, nee, die haben gesagt, nee. Das machen wir im Tutorial nicht, wenn wir ziehen. Keine Ahnung. So, Anführerfähigkeit. Durchsuche deine Nacht, zieh Stapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Na, machen wir das mal. Toll, jetzt habe ich mich auch runtergehauen. Hm. Jetzt macht er den Regen. So, jetzt haben wir jedes Wetter. Klasse. Na, wir haben noch einen Punkt mehr. So, was haben wir jetzt davon? Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch einfach mal noch kapiert. Ich könnte jetzt neue wieder spielen, weil dann... Achso. Wisst du das? Jetzt habe ich hier zwei. Achso. Dann spielen wir die auf jeden Fall, weil dann erhöht er nämlich die Stärke von dem wieder. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich probiere einfach irgendwas. Ist das Stück vorbei, wenn alle Karten die sind? Oder wie? Ja, ich glaube schon. Wenn man keine mehr hat. Und hier muss man seine ganze Hand ablegen. Ich spiele einfach mal alle. Ja, und hier mit diesen Wetterkarten habe ich noch nicht so ganz verstanden. Naja, und übereinflussen halt beide Seiten. Ja, das ist schon klar. Aber was habe ich davon? Ich verstehe das nicht. Hast du noch zwei Wetterkarten? Was ist doch eigentlich eher schlecht. Anwenden. Wo soll ich denn die anwenden? Weil es regnet ja schon, da kann ich die ja gar nicht anwenden. Hm. So aufgeben will ich nicht. Passt doch. Wo denn? Leertaste halten. Achso, da steht passen. Ist mein Gegner dran? Okay. Der Rundverlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Okay. Wir haben gewonnen. Wir haben zwar nicht gecheckt wieso, aber... Ich glaube er hat alle seine Karten ausgespielt gehabt und da es die letzte war. Die er gespielen konnte. Und er noch einen Punkt unter uns war. Keine Ahnung. Will er jetzt noch gespielen? Sieht so aus. Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Weil ich habe ja keine Karten und ich kann nichts ziehen. Hm. Er hat gepasst. Achso, dann pass ich... Dann pass doch auch. Pass ich auch. Hä? Wieso hat er jetzt gewonnen? Weil er vielleicht zuerst gepasst hat? Keine Ahnung. Hm. So, er ist dran. Dann passe ich mal. Hä? Warum? Es ist keine Schade, das zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karte für später aufzubewahren. Okay. Also hätte ich gar nicht alle Spielen brauchen, oder was? Sammle mehrere mächtige Karten, in denen du bestimmte Käste abschließt oder Karten bei Händlern erwürbst. Alles klar. Wie gesagt, damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht. Ich wollte es erstmal nicht zeigen. Ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Jo. Wir sind eben die Bauern. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stiepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber gewinnt spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. Danke. Alles klar. Gut. Haben wir das auch mal gezeigt. Wie gesagt, das ist eine ganz nette Sache, mal für zwischendurch. Aber wir brauchen erstmal coolere Karten. Und wir brauchen auch erstmal Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich denke mal, gerade für den Anfang dieses Spiels ist es das Falsche, sich direkt hier mit diesem Spiel zu beschäftigen. Das können wir mal machen. So zwischendurch. Können wir gerne mal machen. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.